Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mine Faction 2. Bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, wollte ich euch nur kurz erklären, was Mine Faction überhaupt ist. 24 YouTuber, verteilt auf 6 verschiedene Städte, treten gegeneinander an, um sich in Ästhetik, Kultur und Kriegskunst zu übertreffen. Ob dabei versucht wird, Bündnisse zu schließen oder blutigen Krieg zu führen, bleibt jeder Stadt selbst überlassen. Durch ein großes Modpack mit der Thematik Mittelalter und Magie gibt es unzählige Möglichkeiten. Aber noch mehr Gefahren. Gemeinsam mit Blocky, Kukielka und dem Veranstalter BetterNotGames habe ich mich wohl für die schwierigste Stadt entschieden, Stadt Weiß. Unterödisches Territorium. Monster sind also zu jeder Tageszeit anwesend und dies werden wir auch schon bald zu spüren bekommen. Kurz noch zusammengefasst die wichtigsten Regeln. Alles was auf dem Server getan wird, muss aufgenommen werden. Die Folgen dauern 15 Minuten. Nach einem Tod muss die Folge sofort beendet werden und es darf erst 2 Stunden später wieder auf den Server gejoint werden. Und man darf keine Blöcke in anderen Städten platzieren oder abbauen. Unser Team startete nun am friedlichen Spawn, um sich sofort in das neutrale Biom zu begeben und sich dort mit Ressourcen einzudecken. Aber jetzt geht's endlich los mit Mindfaction 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020